Liebe Freunde, hier ist euer Steinball. Tag 3 auf der Ranch. John hat erste Erfahrungen gesammelt hier als Farmhelfer. Wir haben gelernt, wie wir Kühe melken, wir haben gelernt, wie wir Zäune aufbauen und wir haben gelernt, wie man mit so einem wild gewordenen Bullen umgeht. Naja, so richtig gelernt haben wir es nicht. Wir haben es so ein bisschen erfühlt. Aber es ging am Ende doch gut aus. Ich frag mich... Oh, der Chef. Ich frag mich, ob das so eine Art Test war. Aber mal gucken erstmal, was hier los ist. Ich sagte, Abe, wo sind die andere Hand? Ich dachte, ich sagte, ich weiß nicht, Herr Geddes. Was ist das für mich? Wir haben drei Horsen verloren, vielleicht mehr, ein Mare, um zu füllen, und keine Hand zu helfen. Ich sollte mich in die Stadt gehen. Das Ort ist Chaos. Hey, Pa! Kann ich mir ein paar Hilfe? Pa! Milton, Milton, bist du mit Horsen? Ich bin okay. Ich werde was erinnert, Herr. Gut, Mann. Kannst du mir helfen, mein Junge Duncan, mein Junge Duncan? Er wird auf den Jeremia fahren, ein Horsen, der ist viel zu stark für ihn. Und meine Frau wird mit dem Mare. Abe? Sir? Du und Dickens besser nicht machen, wie Sie heute gemacht haben, wie Sie heute gemacht haben. Ja, Herr. Danke. Sie beide. Ich bin gut. Ich bin gut. Du gehst, gehst du sieben Horsen. Nein, nein, nein. Ich zeige dir. Seitdem du aufrufen hast, die Horsen zu haben, hat sich in ein paar von unseren Problemen zu haben. Und ich bin dankbar für das. Ich habe nicht zu viel gemacht. Ich habe nicht viel von einem Horsen. Oh, Herr. Hey, vielleicht die Laramie-Güse nicht so schwer, nachdem ich sie hätte. Natürlich, Sie können. Sie sind nur ein Horsen. Ja. Also, äh, ist das was der Boss in der Stadt? Ein bisschen business mit dem Jungs oder was? Oh, wenn Herr Geddes geht in der Stadt, well, es ist nicht genau für, äh, business. Oh. Okay, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. So, und da hinten, sag mal, der hat noch einen kleineren Sohn. Sieht das richtig? Duncan? Oha. Und der will mit diesem Pferd jetzt reiten? Ich bin Jim. Jim Milton. Ja, hey. Nehmt ihr eine Hand mit dem Horsen? Nein. Well, hast du sicher über das? Okay, ja, ja, ich glaube. Ein ziemlich großartiger. Das ist Jeremiah. Okay, Jeremiah. Da, Junge. Hey, jetzt einfach. Hey, jetzt einfach. Komm, jetzt einfach. Easy, Junge. Oh, jemand hat ein paar Oben an ihren Oaken, nicht wahr, Junge? All right. Calm down. Er ließ dich. Ich bin sicher, er ließ uns, aber ich werde ihn mich respectieren und behave. Kannst du mir nicht, wie er ihn behave, wie er es für dich macht? Ich muss mich helfen, deine Mutter. Sie hat ein Horsen in full. Das dauert ein Stunden. Well, trainiert ein Horsen kann ein Stunden dauern. Just gib mir eine kurze Übung, Herr. Bitte. Okay, wow. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Okay, wow. Wir sollen seine Ausdauer verbrauchen. Na gut, das kriegen wir hin. Werden wir mal über den Zaun springen. Jawohl. Sehr schön. Ja, Junge. Ja, Jeremiah. Ja, Junge. Komm, wo ist der große, wunderschöne Horsen? Gut, alles klar. Dann wollen wir mal sehen, ob das Pferd jetzt so weit erschöpft ist, dass der Junge drauf reiten kann. Ich bezweifle das ein bisschen, aber wir werden es sehen. Mal gucken. Wo ist er? In irgendeinem Pferd? Ich glaube, wir können hier durchreiten. Ah, dort. Oh, 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 oh. Was mache ich jetzt mit den Kühen? Oh mein Gott. Die habe ich jetzt hier aus ihrem... Was habe ich getan, Leute? Das große Chaos bricht jetzt hier aus. Naja, ich hoffe, die laufen jetzt nicht komplett weg. Sonst haben wir den Job gleich verloren. Ob das gut geht? Mein Herz ist ein wenigstens, und deine Leger stark. Ich werde nicht, dass der Jeremiah nicht Angst haben. Ich werde nicht. Ich werde gut. Real gut. Nicht, dass ich sagen, dass du einen brauchst, aber... Du bist sicher, dass es eine andere Barsche gibt? Du kannst hier fahren. Ich hatte einen Pony, aber ich bin zu groß für ihn jetzt. Ja? Du denkst, mein Sohn könnte ihn holen? Ha. Lancelot? Ja. Natürlich. Ich werde ihn bei deinem Kabin da. Okay. Danke, Sohn. Kann ich fragen, sind wir in Probleme von all diesen Laramie-Boys? Sie sagen, Mr. Abel ist wirklich rich, viel richerer als Pa. Und er hat all diese Haare-Gunse. Sie sind aus Laramie. Und wenn die Potsen ausbauen, dann kommen sie hier und sie... Hey, einfach da. Du musst nicht über das alles über das. Du musst einfach über Jeremiah da. Ja, aber... Aber... Du musst einfach über das Haare. Ja? Ja, Sir. Ich denke, ihr zwei könnte bereit sein, zu gehen ohne eine Chaperone. Oh, ich bin nicht sicher über das. Du bist gut. Nice and easy now. Both of you. Er wird bald schwindelig, Leute. Was? Du bist Herr Melton? Ich dachte, ihr würde mir helfen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Entschuldigung. Komm mal. Ich brauch ein Mann's Hilfe. Duncan, was ich erzählt, über den Händen zu verlassen? Entschuldigung, Mom. Okay, das ist also die Frau vom Boss, wir haben sie jetzt eben kaum sehen können. Mal schauen. Ah, okay, sie war es bescheuert. Okay. Okay, now hold on. Oh, man. Okay, well, I think she's... Well, we're not out of the woods, but I think she may be okay. Great. We'll make a proper hand of you yet, Mr. Milton. I hope so. Thank you. Oh, and Mr. Milton, feel free to make a call at the house sometime. Perhaps even now. A drink, to toast our new arrival. I'd like that, but my wife is expecting me back. Oh, you're married? I didn't know we had any married hands. Yeah. We have a boy. Maybe you've seen him around. Oh, I'm busy. Too busy for social calls. Of course. Good day, Mr. Milton. Okay, Leute, was ist hier los? Der Mann geht in die Stadt und sie bedient sich bei den Farmhelfern. Das scheinen hier so die Verhältnisse zu sein. Ei, 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 ei. Außerdem gibt's Ärger mit den Nachbarn. Wir haben ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren. Also, der Nachbar scheint ein noch viel reicherer Landbesitzer zu sein, der offenbar mit Gewalt und Angst und durch Anheuern von bewaffneten Leuten möglicherweise sich auch diese Farm und das Land hier unter den Nagel reißen will. So macht das zumindest den Eindruck. Schauen wir mal bei Abigail vorbei. Ne, bei Jack. Äh, ja, bei Jack. Abigail ist ja in der Stadt. Oh, und er hat, glaube ich, das Pony dort schon hingestellt, oder? Können wir mit Jack ausreiten? Warum müssen wir nicht eigentlich hier arbeiten? Ah, Abigail ist zurück. Sorry. So, this is what you wanted. Fake names, which, by the way, Dickens sees clean through. John. Us on the run. John, this is our chance. To make something new. Come on. Please. For me. For him. How's he been? He's been kind of withdrawn. Quiet. You know. Sure. Take him out, please. Come on, boy. Let's go for a walk. Come on. Run to the left. What do you see? The pony? Get on him. We're taking a ride. Duncan. Mr. Getty's boy lent it to you. Let's go. How you doing? Fine. Can we go home? No. Okay. You're... Stay calm. Where would you like to go riding? Aside from home? I don't know. But... Maybe that stream? Good idea. You know all this. Get him going. Come on. You know. The horse can fill your fear. Just act... Confident. Okay? Uh-huh. Confident. Yep. Don't pull on the reins. You'll yank his bed out. Use your legs. There you are. Now let's go. Jack. A little kick. And a... We can do it. You can do it. How about you speed up a mic. Okay. Whoa. Huuu. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Schneller machen wir nicht, ne? So, der Fluss ist eigentlich links jetzt weg. Aber wir reiten mal lieber hier auf dem Weg weiter. Na, Jack, wollen wir runter zum Fluss? Naja, er will hier auf dem Weg weiter reiten, na gut. Dann machen wir das auch. Nochmal, schneller. Ja, super. So, wir werden schon wieder langsamer. Okay, let's go across to the stream. Yes, sir. Folgst du uns? Woa! Here we are. Yep. We should get back. You think you're ready for a little race? I guess. Okay, alles klar. Ich denke mal, wir lassen Jack jetzt hier sogar vielleicht gewinnen. Ich glaube, das stärkt sein Selbstvertrauen. In der Tat, Jack. Super. Ja, wir kommen gar nicht hinterher, Jack. Wir tun mal so ein bisschen, ob wir jetzt aufholen und überholen. Mal gucken, wie er dann reagiert. Das ist wirklich ziemlich schnell. Ich bin ... Ich bin ... Ich bin ... Ich bin ... Was ist jetzt hier los? Habe ich da Schüsse gehört? Von wo kamen die? Von da hinten. Oh oh, Leute. Habe ich da. Du willst du dein Geist, Junge? Du bist der erste, was wir uns töten. Lass ihn allein. Oh, beinig, Junge. Beinig. Ja, das ist ein schwerer Mann. Geh aus. Oh, Fancy Banschetti ist beinig, dass du dich für ihn bist, hehehe. Er ist beinig, dass ich das Haus zu verholt. Soll er noch ein paar Probleme... ... mit Vermin. Oh, listen to this. Real funny. Okay. Der geht aber einfach zu Boden. Der hat nichts drauf, Leute. So, komm hier, mein Freund. So nicht. So, komm hier. Oh, sie ist wirklich schön. Geh raus! Oh, das ist ein Gemüse. Imagine, dass du dich frustratiert mit deinem Leben in deinem Leben bist. Mariert mit einer schweißen Farbehand. Was hast du falsch gemacht, wenn du hier endest? Ich werde meine Frau alleine. Willkommen in der Big Valley, Tim Milton. Ein Freude zu treffen, dich beide. Wir sehen uns wieder. Und du, du, sagst, Herr Gettys, wir haben. Wir sehen uns wieder. Danke, Herr Melton. Danke. Danke. Don't worry about it. Stop acting like a goddamn storybook hero, will ya? What choice did I have? Plenty, du moron. Plenty. Du, das ist wahrscheinlich schon mal an, John. Du bist allgemein. Du. Du. Du hast alle gebeten, Herr Gettys. Ja. Du hast dich, Herr Gettys. Wo sind die beiden? Die sind hier, glaube ich, im Stall. Okay, wow, hier kommen ja einige Konflikte zueinander. Einiges. Und ja, Abigail sagt, John hätte die Wahl. Er könnte einiges anders machen, aber ist das wirklich so? Jetzt hat er übrigens wieder seine andere Mütze auf. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass er hier einfach wild seine Kopfbedeckung will. Aber warum nicht? Wenn er zwei verschiedene hat, kann er nochmal die eine und die andere, je nach Lust und Laune, nutzen. Ja, ich meinte, was macht John falsch? Ist Abigail vielleicht ein bisschen zu... Ja, wie soll ich sagen? Erwartet sie zu viel von ihm? In der Situation, er hätte sich zurücknehmen können. Er hätte quasi das ignorieren können. Aber da geht dann, glaube ich, seinen Gerechtigkeitssinn vor. Schwierig. Schwierig. Und, naja, dass er sich gegen die Diebe seiner Kutsche gewährt hat, das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Also, man kann beides irgendwie nachvollziehen. Hm, nun gut. Leute, wir werden sehen, wie das weitergeht. Wir haben zwei Geschichten hier. Wir können mit Abigail sprechen und schauen, was unser Boss hat, der hier gerade mit seiner Frau im Konflikt ist. Ja, warum auch immer. Da gibt es, glaube ich, auch mehrere Gründe für diese Auseinandersetzung. Okay, also schauen wir mal, wie das weitergeht hier auf der Farm. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwall. Wir sehen uns das hier. Wir sehen uns das.